Viel Grün, die Nähe zu den Alpen, Sonne und in der Isar baden. München gilt als eine der lebenswertesten Städte der Welt. Willkommen in Bielefeld, Semi. Servus, Dankeschön. Weißwurst oder Leberkäs? Ich glaube lieber Leberkäs. Michael Jordan oder Dirk Nowitzki? Jordan. Du hast mit Stefan Salga ein Innenverteidiger-Duo gebildet, was hat Salgi dir über Arminia erzählt? Nur Gutes, er war sehr beeindruckt von seiner Zeit hier. Bei Transfermarkt steht, du bist beidfüßig, Elfmeter dann lieber mit links oder rechts? Lieber mit rechts. Was können unsere Fans von dir erwarten? Dass ich alles geben werde, damit wir unsere Ziele erreichen und hoffentlich viele Siege einfahren dieses Jahr.